Die UTAC 3N AG ist ein Dreihandunternehmen im Herzen von Kriens. Seit über 50 Jahren betreuen wir unsere Kunden im Bereich Buchhaltung, Steuern, Unternehmungsberatung und Personaladministration. Willkommen bei der UTAC, mein Name ist Melinda und ich bin im ersten Lehrjahr. Mein Name ist Mana, ich bin im dritten Lehrjahr und heute zeigen wir dir, was dich bei uns erwarten würde. Im ersten Lehrjahr verbringe ich zwei Tage in der Woche am Empfang. Das macht die Arbeit abwechslungsreich und hilft mir, den Betrieb besser kennenzulernen. Dabei nehme ich Telefon entgegen, empfange Kunden und bearbeite die Post. Nach dieser Aufgabe darf ich schon einfache Buchhaltungen von Kunden führen. Im Verlauf unserer Ausbildung dürfen wir immer mehr Verantwortung übernehmen. Das heisst, ich begleite Kunden aus diversen Branchen in Sachen Buchhaltung, Steuern bis hin zur Vorbereitung des Jahresabschlusses. Besonders gut an dieser Ausbildung gefällt mir, dass man vieles lehrt, was man auch im Alltag brauchen kann. Wie zum Beispiel das Ausfüllen der eigenen Steuererklärung. In der UTAC wird sehr viel Wert auf Ausbildung geleitet. Darum finden auch immer wieder Schulungen für die Lernenden statt. Ausserdem gibt es im dritten Lehrjahr eine individuelle Prüfungsvorbereitung, in der man sich mit einzelnen Mitarbeitern nochmals zu den wichtigsten Themen austauscht und verschiedene Aufgaben löst. Wir hoffen, du kannst dir jetzt besser vorstellen, was mir als Kaufmann, Kauffrau, Trauer und Immobilienbeidung auftagsam an. Wenn auch du dich von unserem Beruf angesprochen fühlst, dann bewirb dich doch. Wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.